Jo, hi Leute, hier ist Kai von binaristrategie.de und binäre-option-forum.de nochmal eine A-Band Session mit dem Ben60, diesem MetaTrader4 Template und dem Binair Broker 24Options Wir traden 5 Minuten mit dem Ben60, ich habe mir gerade einen Trader rausgeguckt, das ist NCDUSD hier, zwar gebe ich da jetzt ein, nach oben und kaufen, warum tu, ah, ich hoffe, der hat jetzt diesen Einstieg mitgenommen hier, ein, diesen, I hope so, wir schauen es uns einfach mal an, mehr hat er nicht, dann hoffe ich, ja, jetzt hat er damit nur mal, also Jungs, dieses hier ist das Ben60 Template bei uns im Forum, binäre-option-forum.de, kostenlos, mit dem handel ich 5 Minuten, binäre-option, weil dieses Template echt Bombe ist, Burner. Wir haben hier unsere Kanäle drin, ich mache mal wieder einen Druck, warum ich hier reingegangen bin, so, im Zusammenhang mit 24Option, auch der Burner, also ist wirklich toll, bei 24Option gehen wir auf Trade, wenn wir eingeloggt sind, den Link von 24 haue ich euch auch rein, wie gesagt, wir gehen auf Trade, dann auf kurzfristige hier, dann auf 5 Minuten hier, und hier rechts haben wir dann unsere Paare, unsere Währungspaare und so weiter und so fort, die wir hier haben, dann beim Ben60 hier, stellen wir auch auf M5, da ist, das bedeutet, dass eine Kerze 5 Minuten sind, also eine Kerze, bis er rumstellt, zur nächsten sind 5 Minuten, und wir handeln ja 5 Minuten mit dem Benni, ja, so, warum ich reingegangen bin, wie gesagt, das zeige ich euch gleich, also wunderbar, wunderschön, ne, ist der Hammer, ist wirklich der Burner, der Burnie-Burnie, richtig schön, ihr seht's, El Clasico, sodala, die Ablaufzeit von unserem Trade finden wir hier, also wir haben noch 2 Minuten 24, 2 Minuten 24os haben wir noch, wenn es im Grünen ist, wie hier so, das bedeutet, dass wir im Plus sind, hier ist Geld, was wir zurückbekommen, 17.900, ich habe 10.000 eingesetzt, ja, El Clasico, würde ich sagen, El Clas Kiko, El Clas Kiko, so, wir schauen uns jetzt mal an, in unseren Screen, den Screen, den Screen, den ich gemacht habe, wir haben wieder hier, von unserem Template, von unserem Band 60, hier, ist wieder der Haupt-Canalus, 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 hier ist unser, anderer Kanal, der uns interessiert, der momentane Kanal, wo wir uns befinden, ja, so, warum bin ich da reingestiegen, Jungs, also, das hier sind zum Beispiel, die Bollingers, hier sehen wir, die Bollinger, die drin sind, hier, dann war mein Trade, also, hier bewegt sich ja die ganze, der ganze Zeitraum, der letzte, bewegt sich in diesem kleinen Kanal, der war hier jetzt, bis hier runter gefallen, und ich bin ja eingestiegen, wo er hier, hier angefangen hat, grün zu werden, das war für mich das Zeichen, ja, er geht wieder rein in den Kanal, und, wie hier, sehen wir, wie wir hier schon sehen, bam, nach unten, wieder nach oben, dann wieder nach unten, dann, ganz wichtig, hier, war, also, in diese Linie, müssen wir überachten, für abwärts und aufwärts Trend, er war jetzt bei mir, hier drunter, unter dieser Linie, und zeigt nach oben, ebenfalls ein Signal, zum Einsteigen, und ganz wichtig, hier auch, diese Linie hat er durchbrochen, und ein Haken, nach oben zeigt er, einmal frei, also wirklich super, klasse, toll, das war mein perfekter Trade, der perfekte, perfekte Trade, mit dem Ben 60, so, er ist abgelaufen, ihr seht, abgelaufen, ich habe meine 17.900, bekommen, mein Guthaben, weiter gestiegen, auf mein Platinum Konto, da, seht ihr es, meine Freunde, ja, so, ja, das wäre es eigentlich gewesen, der perfekte Trade, wenn ihr Lust habt, schaut ins Forum, das ist, binare, minus Optionen, minus Forum.de, handeln, tue ich, würde ich euch auch empfehlen, mit 24 Option, den Link, tue ich auch unten rein, ja, und das Ben 60, bekommt ihr ja im Forum kostenlos, ich sage erstmal, bei, hoffe ich habe euch helfen können, mit, meinem perfekten Trade, wieder und die Erklärung, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich, morgen, habe die Ehre, Lehre, bis zum nächsten Mal.